Der erste Spieltag in der Fußball-Bundesliga, hier ist die Mannschaftsaufstellung von Eintracht Frankfurt. Im Tour mit der Nummer 31, Kevin. Mit der Nummer 2, Kamalaus. Mit der Nummer 6, Bastian. Und für Nummer 8, Takashi. Mit der Nummer 10, Jimmy. Und für Nummer 14, Alex. Mit der 16, Stefan. Und für Nummer 20, Sebastian. Mit der 23, Bamba. Und für Nummer 24, Sebastian. Und mit der 27, unser Captain, Piavi. Auf der Bank, mit der Nummer 1, Oka. Und mit der Nummer 4, Roddy. Und mit der Nummer 7, Piavi. Und mit der 13, Fati. Und 23, Gary. Und mit der 22, Stefano. Und mit der Nummer 28, Sonny. Und unser Trainer heißt Arnie. Die Welt! Vom Mann, ich wünsche ein paar, drei und ein paar Frauen. Ein wunderschöner Fußball-Aktur. Applaus 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 Liebe Fans aus Freiburg, wir möchten euch bitten, das Abzünden von Aufkörper oder auch Pyrotechnik zu unterlassen. Es fehlt eurer eigenen Sicherheit und natürlich auch der Sicherheit aller anderen Teilnehmer hier im Stadion. Bitte unterlasst das Abrennen von Pyrotechnik. Danke. Befreulich Miks Das mit, eine Basis R R und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.